Klingt ja ganz locker, ne? Ja, da sind wir hier in Köln. Jeder kommt mit jedem aus. Da sind wir auch richtig stolz drauf. Sag mal, ist da der Dortmund-T-Shirt, was du da... Wir haben uns verstanden, so sind es Juts. Also, auf die Idioten, da musst du oppassen. Guck mal, dein Onkel Pastewka. Soll ich's lauter machen? Nee, von mir aus nicht. Tja. Das gibt's überhaupt nicht. Ich interessiere mich nicht. Also, damit werden... Am Ende der Spielzeit, lassen Sie es mich so formulieren, ich glaube, eher wird Lisa Fitz Germany's Next...